Was geht Gamer Freunde und Willkommen zu ner Runde Fortnite mit dabei ist Zeeshan und Peace Sack mal hallo Jungs Was geht euch das geht Sehr schön sehr schön Jungs dann würde ich sagen kurze Rede langer Sinn bis gleich liebe Freunde Genau ungefähr dort in die Richtung wird geschossen genau in der Stadt Da da rechts rechts Da sind wir Bruder Hier vorne Hier hier Ich hab Kill geklaut Bruder Haben ihn Aber er ist nur am Kriegchen Bruder das heißt seine Mates sind irgendwo Da drüben läuft noch einer Ey von rechts von rechts hier bei mir Hier bei mir ist jemand Yes man Okay wir pushen jetzt Die sind da ne also hinterm Berg Jaja genau Okay komm wir pushen jetzt Da wurde gebaut Hier hier Ja hier 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 Haben ihn? Ich muss mich kurz zielen Bruder Hier zu Oma...Oma brauchst du Hilfe Bruder? Ach hin? Nein, nein, gehen! Ich hab ihn One Shot gemacht, oder? Einer, einer! Ich hab einen! Ich hab noch einen! Ich hab beide! Komm in die Zonen, Bruder! Bruder, aber rechts ist auch einer! Wenn einer nach links geht, müssen wir auch nach links, ne? Der eine ist gleich tot, da drüben! Yes man, wir haben ihn jetzt, den linken! Der ist am Kriegchen, Bruder! Wir müssen aufpassen, dass seine Mates ihn jetzt nicht holen! Der ist alleine! Du bist da alleine, Bruder, du bist ganz alleine! Komm, komm, sehe ich an, wir pushen! Ja, ja, hier, ich sehe doch, ich bin doch auf dem Weg dahin! Jemand schießt im Busch, Bruder, jemand ist im Busch! Jemand ist dort im Busch! Ja, Bruder, der hat mich richtig auseinander genommen! Bruder, du hättest einfach stehen bleiben sollen! Hier, hier, hier! Oh, wer hat ihn geholt? Mein Kollege! Ey, da ist noch einer! Sein Kollege ist da! Oh, von der Seite sind auch welche! Hab ihn! Hey Bruder, ich brauch Muni erstmal! Da hinten ist da noch einer! Fuck! Ich hab was weggesniped! Oha! Oh mein Gott! Seid ihr tot? Ich ja! Ich hab was weggesniped! Der eine kommt zu mir! Ich hab mir schuld! Ich hab mir schuld! Komm, ich hab! Nein! Ich hab ihn gehabt, Digga! Ich hab ihn gehabt, fast! Digi, bei dir ist da auch keiner? Na, Bruder! Okay, das war's, da gereicht! Jungs, wollt ihr noch irgendwas sagen, bevor ich das Video abende? Ne, alles gut! So, liebe Freunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei! Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao! Ja!